Oh, ihr seid endlich wach. Okay, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Gestern Nacht. Es war dunkel, kalt und gruselig. Euer Dorf wurde angegriffen und alle wurden umgebracht. Bis auf euch beide. Ich habe Potenzial in euch gesehen. Also habe ich mich dazu entschieden, euch zu retten. Ihr wurdet von unserem neuen König angegriffen. König Luis. Er war einmal nur Prinz Luis. Er brachte seinen Vater um, damit er endlich das Sagen über unsere schöne Stadt hat und am Ende über die ganze Welt. Doch zu viele fanden dies raus, also hat er sich dazu entschieden, alle zu vergiften, damit sich niemand erinnert. In dem TNT, mit dem er euch angegriffen hat, war dieses Gift drin. Bei mir seid ihr jetzt sicher. Ihr seid in einem geheimen Labor und er wird uns hier nie finden. Eure Mission ist es, hier ein geheimes Dorf aufzubauen, um die wichtigen Leute zu schützen. Danach müsst ihr dann Prinz Luis finden und ihn bekämpfen, dass wir hier wieder normal leben können. In dieser Zeit versuche ich, euer Dorf wieder aufzubauen, damit ihr am Ende in euer Heimatort wieder zurückkehren könnt. Okay, das ist jetzt sehr viel. Was ist aber mit unseren Familien? Geht es ihnen gut? Eure Familien hat König Luis gefangen genommen, weil sie sich gegen ihn gewehrt haben. Aber ich habe Vertrauen in euch und ich glaube, dass ihr sie retten könnt. Okay, aber wie wollen wir dafür sorgen, dass er uns nicht vergiftet? Dazu gab es eine ganz einfache Lösung. Ich konnte, als ich euch gerettet habe, eine Probe von einem Gift mitnehmen und dies umkehren. Ihr seid immun, solange ihr bei jeder Folge eine der Portionen in der Kiste hinter mir trinkt. Aber jetzt keine Fragen mehr. Legt los, sammelt eure Materialien und fangt an, euch ein sicheres Dorf zu bauen, bevor König Luis alles zerstört. Mycroft Explosion ab dem 12.03. um 13 Uhr. Jetzt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.